Ich hab viel bereden lassen. Ich hab zu viel diskutiert in dem Moment. Ja klar ist das normal, aber wir haben davor mit 45 gespielt. Hast du ja gesehen, 45 hat immer gereicht. Du hattest immer Zeit übrig. Ich hab mir gerne immer die Map gesucht. Geht doch, achso. Geht die? Bei so vielen Würmern ist das scheiße. Da hast du nicht mehr Plätze, um ihn zu stellen. Wenn ich auf nicht bereit klicke, bin ich bereit. Hm, hab ich mir auch schon ein paar mal gedacht. Und ich kann nur bereit drücken. Wenn ich bereit drücke, bin ich nicht bereit. Tommy spielt gerne die Landschaft. Landschaft? Nee, mir ist egal. Was ist Landschaft, was du gewählt? Ja, mir ist egal. Ich hab die nur durchgeklickert gerade, die zwei Maps. Mehr nicht. Eine landschaftlich reizvolle Landschaft. Wieso bin ich blau? Das gefällt mir nicht. Der fängt Simon schon wieder an, das ist voll unfair. Das weiß ich auch nicht. Ja, das ist krass, oder? Ich weiß nicht. Total unfair. Der hat auch vier Würmer mehr als alle anderen. Aber er fängt auch mit dem an, der eigentlich perfekt gewesen wäre. Ja. Das war blöd. Oh oh. Hüpft ans Geschütz. Das explodiert, komm schon. Der ist nicht der Einwand. Ja. Das wäre aber nice. Warum konnte er nicht mehr rein? Er ist darauf ausgekommen. Mega unlogisch. Er ist aber wahrscheinlich irgendwo runtergefallen, wo man hinterher nicht mehr rauskommt. Eigentlich nicht. Ich weiß, den kannst du voll weg von sichern. Kannst du mir mal einen Blasen, Alter verpissst. Ja, ich würde ihn wegshotgannen, das ist sicherer. Fick dich sicher. Ah, das war klar. Ich wollte erst drüber fliegen und runter stupsen, aber dann hätte er mich auch gemacht. Ja. Dann hätte ich den Typer sitzen müssen, glaube ich. Shotgun. Nur den... Ne, die Shotgun wirfen doch auch zurück. Dann würde ich ihn zweimal zurücksetzen, auch nur 50 der Match. Du würdest zwei versuchen, versuchen, die Clipping unter dem Arsch zu schießen. Ja, aber da war ja noch mehr Clipping drunter. Nein, das hätte funktioniert. Nee, das wäre das gleiche wie jetzt. Das war der weiteste Punkt, wenn du den Restmarkt noch übrig geblieben bist. Hätte, hätte. Entenkette. Das macht gar keinen Sinn. Schade. Ja! Der wirft er! Was? Wie kalt. Ey! Das war so scheiße! Ich... Nein, das ist Glück. Dein fetter Scheißwurm, Alter! Ja! Perler sieht mit Basie! Krieg ich beide? Ja! Das muss gehen! Alter, wie geil! Dynamit! Ja, mach. Safe. Nee, mach Basie. Mach Dynamit. Sicher auch. Mach mehr Damage. Nein! Mach Dynamit! Nene! Geil! Die fliegen genau gleich! Wo ist denn meine überhaupt? Die fliegen genau gleich! Wer ist da drin? Ist das geil! Das ist so ein Double Kill! Ja, ich weiß gar nicht was da abgeht so! Aber er ist voll inkognito, der Typ! Eine die sind sehr intim, ja. Das hat mich ja nicht verventiliert! Was machst du? Ich muss irgendwo hin, wo man mich nicht wegbacet. Oh, das war gut, ja. Wenn ich bei Charlie gelernt wäre, hätte ich auch immer mit Edi geholt oder nicht weggebacet. Weggebacetballschlägert? Ja, geil. Oh, schön. Ich brauche so einen Mingwasser, Alter, das ist jetzt geil, Alter. Warum immer auf mich? Ich schwöre, das ist alles eine Farbsache. Also, ich war zwar nie rot, aber das akumiert trotzdem. Wenn ich Lila wäre, würde ich nur überleben, ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Dann müsste ich ja jetzt Bananen einwandfrei warten können. Ja. Na gut, auf die rechte Seite hätte ich kein Problem. Aber danke, danke, das ist sehr nett von dir. Ha, wenn du nur das eine kannst, das darf man auch mal loben. Kann man eigentlich da oben unter dem Geschütz rein? Also, teleportieren? Danke. Hallo, Time. Immer auf mich. Hä? Oh, da können wir mal einen Luftschlag hin machen. Aber meiner ist an einer guten Position, der Zucker hat sich gelohnt. Das ist so assi, Stefan. Immer auf ihn. Ach, da ne Banane rein. Ich hab keine Banane. Logisch. Halte mal eben die Banane frei. Ja, warte, ich geb meine Cheats ein. Ich mach den Wind jetzt auch. Ich mach den Wind jetzt auch. Das find ich nicht okay. Nein. Aus. Weg. Was? Was war das denn für ne Kacke? Was war das? Wo ist der denn hingelieben? Was für Pfeiler. Wie geil. Wie die alle auf dem Hang steht. Ich will den Luftschlag, Mann. Ohhhh. Ich hab ne Idee. Hoffentlich bin ich jetzt auch mit ihm dran. Simon, leg einfach deine Mine hin und flieg weg. Ich kann nicht mehr das tot zum Ende. Näääääääääääääääääääää... Gussin leist. Ja, aber ich kann auch noch mal ein Trif. Na gut, kannst du den einkinnen und versuchen noch in der Zeit hochzukommen, was aber eh gleich vorbei ist, wenn du nur noch 10 Sekunden hast. Nein, da kann ja alles da rein. Wirf da runter. Eine Granate fertig. Ja... Kannst du da abfallen lassen. Ja, perfekt. Overkill Hm, da unten ist schön Nur wegen seinem fetten Scheißwurm, der mich da runtergezogen hat Ah, jetzt spawn ich ganz dahinten, naja, wieder klar Ja, Sampalotte So Er stellt sich wieder da oben hin, dann hab ich da unten versucht Oh ja Warum springst du runter? Ah, das war nicht so geil Ich hätte den Brummschlag hinwerfen sollen Oh Oh Das Loch ist so geil, Alter So ein Wassertropfen rein Ja Oder ein gutes Dynamit oder irgendwie sowas Oh shit, da stehe ich jetzt auch blöd Wieso hast du nicht runtergefallen? Ja Was soll das denn? Was ist mit dem? Was macht der da? Ich weiß es nicht Oder wieder ein Shop-Mito mit Stefan Ne, ich bin blau Yeay Das kommt da nicht raus Pfff Scheiße, ich fall da rein Du stirbst Du stirbst Heifstück geholt, Alter Das ist mir scheiße geil Fuck Ist das geil Immer noch Wie geil ist denn das? Hast du das mit Erfolg bekommen oder so? Mhm Das ist echt richtig geil Ich habe aber gar keinen Überblick was gerade passiert ist Ich glaube ich habe gerade irgendeinen Wurm verloren Kann das sein? Hm Da unten rechts sehen den Doppelten da wo zusammengeklebt war Geklebt? Geklebt, ja Was passiert eigentlich? Wer ist gerade dran? Ich sehe das nicht hoch Ich sehe das nicht hoch Ja, ja Nein Ja Ich flieg schon mal nicht so wie du denkst dass ich flieg Ja wenn du ihn ganz gra- Ja Oh Gott Sag ich doch, ich flieg nicht so wie du denkst dass ich flieg Aber es war knapp Ach laber Wer ist denn noch runtergerutscht als durchgefallen? Nee Nee Nene Ich habe den auf den Bus mit dem Baseballtail geschlagen Der ist in die andere Richtung Ja da liegt dann den Benzinfass da Ja King Ja das hilft Oh no Nein Oh nein Ja Fall ins Wasser Oh auf der Kiste wie ein Profi Guck mal Wie ein Piloteer Das ist einfach raus Nein wenn ich raus hätte hätte ich den Fox dort noch erwischt Ja ja richtig Oh oh Das ist ein Hübschen Anton Wie macht den Fox? Ich weiß ihn ganz genau Nee mach das bitte einmal vor Eigentlich nicht Wer ist grad dran? Tomic Ah richtig Ah ja Das ist wieder so lächerlich ne Ja immer noch Hol den ersten aus dem Heli raus Hol den ersten aus dem Heli raus Sonst kriegt der weniger Schaden noch Lass mich im Heli drin alter Ich schwör dir Achso okay Kleine Nutze Oh Ja sicher Hahahaha Vor allem er lässt den Boden auf dem Vor allem ich hab zwei Leben Weil der überlebt halt Ich glaub's nicht Tja Diese Hunde stirbst du früh genug Der fällt auf jeden Fall runter ja Hat doch irgendeiner einen im Kirchturm? Nein 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 Hahahaha Hahahaha Scheiße ich dachte ich schaff das da hin Hahahaha 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 Fühlt dich so geil Hahahaha Boah ist das behindert Hahahaha Wunderschön Wenn ich da oben angekommen wäre wär bist du tot gewesen Huuuu Ich wusste Verpiss dich, du Eule Nee, der breite ab Oh, komm schon Schade In das letzte Loch Ja, aber das ist da unten voll gut aus mit den beiden Särgen Muss man mal auf den Desktop? Mein Nigger Musik ist zu laut Hey, der hat im Internet Nigger gesagt Ja Ich wollte ihn auch grad sagen Super Das muss echt sein, was die Sachen zu werfen Das geht eh nicht Danke Simon Dass du meinen Auftrag in der DDR Immer mit dem Idealer, ich glaub's nicht Aha Nein, nein, nein Tschüss Hm, 6 damage geht Hauptsache du bist da unten Weil wenn du keinen Wurmtausch machst, geht der sterben Ich hab den Toach halt schon gemacht Ich hab den Toach halt schon gemacht Tja, dann geht er sterben Tja, dann geht er sterben Ach, was brauche ich denn was? Ach, unglaublich Du Opfer Und das aber wohl ein Meter Maß hat Hehehe Jetzt sogar 3 Ich hab halt keins Ich hab halt keins Ich hätte mal eins holen sollen und anlegen Hm, Mist Da war ich mir zu sicher Damn you Nimm den Granatwerfer da und hau den Roten weg Nimm den Granatwerfer da und hau den Roten weg Nimm den Roten weg Dich Dich Den im Bus Den im Bus Komm schon drauf Ich auch Hm Zwei Ah, es liegt zu lange Ja, die trifft Oh Oh, ich dachte schon Oh, war die Miroslav Krass Okay Let's use bla 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 Hm Ich glaub ich hab nur noch einen Wurm, Alter So ein bisschen passiv-aggressiv, Simon Äh Eigentlich Wir sind voll viel Kuckuck Ich sprech gern Wurmisch Ich sprech gern Wurmisch Nein Ja Loser Ja, das ist wenn du die zu lange durch eine, durch, durch durch Ja, die explodieren random Ja, die explodieren random Also bei einem Wurm, bei einem Wurm explodieren die sofort Ja, ja klar Alle die Gegenstände, wo sie treffen Also wenn sie sich lange durch irgendwas durchfressen, explodieren die random Oh, was ein Scheiß Ich dachte, die gehen eine gewisse Zeit da durch Und dann ist irgendwann vorbei Holy Simon Hast du schon eine Holly? Nee, Krippen Die Uhr ist cool auf dem Turm Doin Doin Oh, echt jetzt Oh, das Auto weg Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut Das ist gut, das ist gut Das ist eh mit seinem Dämonen-Schlag, ne? Abartig, was anders geht von dem nicht raus Das ist so heftig Das ist so heftig Teurer Ich bin ne Träne Ach, schade, ich dachte, das fällt ganz runter Das ist so heftig Das wäre ja nie gewesen Das wird nichts Nee, das Auto ist ja lecker Oh, dem Boden flagen Ah, schande Oh, der zirbt auch noch JOOHOOH Niemals zu früh freuen Oh, scheiße Richtig geil Ich habe mich nur fast selber gekillt Was war das? Richtig geiler Kack Richtig geiler Kack Kann man den so viel sagen haben? Ah, Herrlich So wie so Nee Was? Ja, der ist tot Verdammt Außer du tötest Simon und Baschli jetzt Dann kommt der nochmal dran Dann kommt der nochmal dran Ach, verpiss dich Der ist so unlogisch jetzt Jetzt killen die dich Jetzt killen die dich Jetzt killen die dich Die killen dich Du bist tot Ah, der überlebt Ha, ha, ha Ha, ha Go Game of Wurm Schande Naja, muss ich schon nicht mit dem hier spielen Kann ich meine guten Waffen jetzt benutzen? Die Holy Ich kann halt immer nicht werden, weil der Der ganz Wurm ist krass Stefan Wurm hat 150 Leben Naja, das ist niedriger Asslack Das ist ein guter Schlag Und der liegt im Wasser So, das ist ja Oh, ich bin gar nicht gut Beachtet mich nicht Ja, Hammerkrab, oder? Ha, 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 ha Ha, ha Tick dich Fatz Er überlebt's noch Da muss noch eine hin Stefan Äh, Simon Na, jetzt könnte er von Wasser irgendwann sterben Nee Nee Das reicht Drei Mal, drei Mal Vielleicht steigt das Wasser noch Ja, das reicht nicht Das überlebt er gerade so Ja, das reicht nicht Das reicht nicht Das reicht nicht Da muss eine Lenkrakete von meiner Seite aus Geht da rein Das schaff ich Nein, Simon Böser Simon Ich hatte erst überlegt Ich hatte erst überlegt Halt zu werfen Aber Halt zu werfen Oho, selbstmord Ja, der hüpft noch Fast noch oben rausgefallen Ich würde gerne wissen Was da denn abgeht Der Sisha oben rechts steht Simon unten rechts Bashti Du kriegst ja unten Medikids Das kracht, ne Du kriegst ja unten Medikids Das kracht, ne Aber jetzt gewinnt Bashti Hä? Das war Quatsch Der hat jetzt die Banane Oh ne, das geht ja noch zwei Runden Fuck Der wär abgesoffen, du Eule Echt? Ja Ach fuck Ne, der kommt doch direkt jetzt dran Ja, 100 Alter Echt? Da hab ich nicht gerechnet Was ist das denn für ein Scheiß? 100, Alter Ich hab damit gerechnet, dass der das überlebt Also vom Wasser Der nächste Such wäre grandios gewesen Dann hätte ich gewonnen, ey Klar 100 pro, Alter Ich hätte sie im Haus beide weggemacht Und dich hätte ich locker gemacht Ja 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 Nee Er hätte den Würmer auch gar nicht gebraucht Ich hatte Waffen dafür Ich hab mir die gekräftet Ja, du könnt schon eine Runde keine Cyber-Umer bauen Wenn du so krass wirst, dass dein Stups alle gekillt hätte Alle Viermal Ja Locker Ja, gerne Böses Das ist ja wohl selbstverständlich Denkrakete Ich hab leider nichts Bestes mehr Ja, das trifft ja nicht Das liegt doch nicht da rein Na doch Das müsste schon Oh, das geht sich selbst Oh, der ist zu viel Und da Jetzt macht er dich Ja Nein, das ist Simon Simon versteckt sich Ich hätte erst überlegt Ich hätte erst überlegt Dich hätte ich wegmachen können Ich hätte noch was anderes Was gegen dich ganz gut gewesen wäre Aber dann macht Simon mich auch Was mach ich denn jetzt Was mach ich denn jetzt Hast du denn eine Banane? Ne Banane hast du noch nicht Naja, ne, die hast du noch nicht Hast du noch Haudi, ne Ne Hat er auch schon verballert Tja, dann wird's schwierig Bumschläck Granat Naja 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 Spring irgendwo rein Du hast nur zwei Runden, die du überleben musst Spring irgendwo rein Naja Naja Hätte er eh Also Ah, wen töd ich denn jetzt? Wen töd ich denn jetzt? Naja Das ist das Problem Den Atomic auf dem Leben lässt, der gewinnt Piss dich Wäre ich auf Atomic gegangen, hättest du mich aufgekillt Ich würde Ganz ehrlich, ich würde eine Banane genau zwischen denen explodieren lassen Die habt ihr noch nicht Die haben wir noch nicht Ne Ne Eine Runde noch Hast du noch Haudi? Ja, die treffe ich nicht NEIN Oh, sehr gut Ich hab geredet Diesmal hat er's angenommen Sonst Der hat's jetzt die ganze Zeit nicht mehr angenommen Fick dich Den Luftschlag verkackt Dein ist immer noch offen wer gewinnt Hat ein Savekill gewesen Schick mich Ja, ja Ja, wo stelle ich mich hin? Das ist jetzt die größte Frage Ja, über dir Ja, genau Einfach in die Ecke rein Da kann Atomic dich eigentlich nicht kriegen Doch, mit der Banane Na gut Das ist halt weg Ist die Banane jetzt schon frei? Nein, eine Runde noch Banane treffe ich eh nicht Hast du ein Setpack noch? Ja Wie viele noch? Dann könntest du doch Atomic rüber gehen Den machen Ne, nicht mit dem 50er Du musst seitlich und hoch liegen, das schaffst nicht WTF Oh nein Keine Bunkerbombe, die explodiert Feuer Lass Das ist overkill Und wenn ich AP wieder hatte Ja Leider auch nur normale Bunkerbombe schon bereit Die hatte ich nicht mehr Ja, ich meine Die hätte auch vorher explodieren können Die normale Bunkerbombe Also es ist Ja, wenn Atomic jetzt die Banane trifft Dann ist die Scheiße Ja 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 Okay, na gut Ich mache es lieber safe Ah ne, das ist nicht safe Doch Doch Wenn er jetzt irgendwo gelandet wäre Es hätte nicht so viel Schaden Doch, ich glaube schon Ne Das ist 40 Ja, sie ist 45 sogar Nice Hätte Atomic nicht daneben gezielt Hätte ich vorhin den Schuss nicht verballert Dann wäre ich wahrscheinlich gestorben Dann hätte ich gewonnen Ja Ja, denke ich auch Weil du mit dem Luftschlag hättest du ja Simon weggemacht Boah, effekt Ne, der Luftschlag war tatsächlich gegen dich gedacht Echt? Mhm Weil Simon zu krass im Haus drin stand Damit habe ich halt zweimal gewonnen